Vielen Dank an alle Zuschauer, denn ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie dankbar wir für jede Minute, die ihr uns schenkt seid und für jeden Kommentar, den ihr uns schreibt. Das gibt uns so viel Spaß bei der Arbeit und deswegen freuen wir uns, wenn ihr jeden Donnerstag um 16 Uhr einschaltet bei der eBay Kleinanzeigen WG.